Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über den China-Dämpfer für Nike und Lululemon, den scheinbar unendlichen Aufstieg von Nvidia und das Allzeithoch bei Rheinmetall. Im Thema des Tages geht es um positive Nachrichten aus Bali für MEDA und in der AAA-Idee, da setzen wir ganz dynamisch auf Momentum. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Daniel Eckert und Philipp Vetter aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Heute ist Montag, der 25. März und wir wünschen euch einen pragmatischen Start in den Tag und in die neue Handelswoche. Manchmal muss man es nehmen, wie es kommt. Und an den Märkten heißt das derzeit, es geht nach oben und immer weiter nach oben. Und das auch in Deutschland. Die US-Bank Goldman Sachs hat jetzt festgestellt, dass das Interesse internationaler Investoren an Europas größter Volkswirtschaft zurückkehrt und dazu passt, dass der deutsche Aktienindex am Freitag auf ein historisches Hoch geklettert ist. Der DAX ging bei einem Rekordstand von 18.206 Punkten aus dem Handel plus 0,2 Prozent. An den amerikanischen Märkten war am Freitag wenig los. Der US-Leitindex S&P 500, der verlor ein paar Pünktchen auf 5.234 Stellen. Der Nasdaq, der legte ein paar Punkte zu auf 18.339 Punkte. Bei den Einzelwerten, da gab es gleich wohl einige größere Bewegungen. FedEx-Aktien machten nach den guten Zahlen des Logistikers vom Vortag einen Satz um 7,4 Prozent nach oben. Und Nvidia, tja, was soll man sagen, Nvidia schloss auf dem höchsten Stand der Geschichte mal wieder. Am Ende liegt Nvidia tatsächlich jetzt bei 943 Dollar. Das entspricht einem Anstieg von 90 Prozent allein in diesem Jahr. Und das Jahr, das ist ja noch vergleichsweise jung. Ja, und wo wir schon die Rede von Goldman Sachs hatten, die Strategen, die glauben jetzt, dass ein Mega-Cap-Bullcase den S&P 500 auf 6.000 Punkte tragen könnte. 6.000 Punkte, alle Achtung. Ja, und so zu den Verlierern in New York. Da gehörten am Freitag die Sportartikelhersteller. Nike verlor fast 7 Prozent, nachdem die Firma einräumen musste, dass das Geschäft in China grottig läuft. Dass die Amerikaner die deutsche Fußballnationalmannschaft ausstatten sollen in Zukunft, das hatte auch nicht geholfen. Aber Lululemon, die hat es noch übler erwischt als Nike, die Aktie sackte um 15,8 Prozent ab. In Deutschland dagegen legte die Aktie von Adidas um 0,7 Prozent zu auf 200 Euro. Und das, obwohl Adidas nach 70 Jahren den Kontrakt mit dem DFB verliert. Bei Puma, da ging es dagegen im Sog der US-Sportartikler nach unten. Die Puma-Aktie verbilligte sich um 1,4 Prozent auf ca. 39 Euro. Mit einem Minus von 23 Prozent gehört Puma dieses Jahr übrigens zu den größten Verlierern auf dem deutschen Kurszettel. Ganz vorn auf dem Kurszettel steht hingegen der Sensor- und Radarspezialist Hensoldt, der vorwiegend fürs Militär produziert. An der Börse, da verteuerte sich Hensoldt am Freitag um 7,6 Prozent und hat damit seit Jahresanfang immerhin schon mal 54 Prozent zugelegt. Hensoldt wird die Übernahme des Elektronik-Spezialisten ESG abschließen und dann 2024 konsolidieren. Noch stärker im Plus stehen 2024, abgesehen vom Übernahmekandidaten Morphosis, nur Renk, die gemessen am ersten Kurs Anfang Februar 59 Prozent zugelegt haben. Ja, und Rheinmetall mit 74 Prozent Plus. Also es ist ein gutes Jahr für die Rüstungsfirmen. Ja, bei Rheinmetall, da lag das Plus vor allen Dingen an Nachrichten über einen Großauftrag der Bundeswehr. Da soll es um 123 Panzerfahrzeuge im Wert von 2,7 Milliarden Euro gehen. Ja, und Rheinmetall ist damit am Freitag erstmals auf 500 Euro je Aktie gestiegen. Ob man sich über diese starken Kurszuwächse für die Rüstungskonzerne jetzt freuen kann, das ist natürlich die andere Frage. Ein bisschen freuen können sich die gebeutelten Aktionäre der DHL Group im Sog der guten FedEx-Zahlen zog die Aktie der frühen Deutschen Post am Freitag um 2 Prozent an und nähert sich damit wieder der 40-Euro-Marke. Halter von Bitcoin und Kryptowährung, die können zumindest zufrieden sein. Nach den wilden Schwankungen in der vergangenen Woche lag der Bitcoin am Wochenende relativ stabil bei 65.000 Dollar und für einen Ether wurden ungefähr 3.350 Dollar gezahlt. Ja, und nach den Coins mache ich jetzt noch schnell die Termine. Diese Woche geht der Reigen von Geschäftsberichten weiter. Abschließende Zahlen für 2023 kommen in Deutschland unter anderem von Enkavis, CTS Eventim, Wacker Neuson, P&E, Jienoptik, Sixt, Renk, Rational, Baywar, Warta, Jungheinrich und Sartorius. In den USA hat Moderna Investorentag und Quartalszahlen gibt es dort von Paychecks und Zintas. Ja, und von der Statistikseite erwarten uns neue Zahlen vom GfK-Verbrauchervertrauen zur Verschuldung der öffentlichen Haushalte. Und dann stehen noch die deutschen Arbeitsmarktdaten sowie die Durchschnittspreise für Strom und Erdgas im zweiten Halbjahr an. Das Thema des Tages. Daniel, ich muss sagen, die Rückkehr nach Berlin ist schon ziemlich hart nach zweieinhalb Wochen Bali-Urlaub. Die deutsche Hauptstadt, die hat uns erstmal mit Dauerregen und 5 Grad empfangen und das nach 30 Grad und überwiegend Sonnenschein auf Bali. Aber gut, die Hoffnung auf einen Berliner Frühling, die stirbt bekanntlich zuletzt. Und um mich noch ein bisschen an den Erinnerungen festzuhalten, soll es jetzt heute im Thema des Tages auch um die Erkenntnisse der Bali-Reise gehen. Aber schön, Philipp, dass du wieder da bist. Und wir wissen ja alle, dass Reisen bildet. Und da ist es schon fast eine kleine Triple-A-Tradition, lieber Philipp, dass wir euch an den Eindrücken teilhaben lassen. Und was diese Eindrücke vielleicht auch wirtschaftlich und für die Börse bedeuten können. Und jetzt bin ich sehr gespannt. Ja, und keine Angst. Ja, ja, da wirst du bestimmt was erzählen. Ja, also ich wollte schon gerade den Befürchtungen entgegentreten, dass es jetzt wieder ausführlich um Nutella-Preise gehen könnte. Also ich muss nämlich ehrlicherweise sagen, dass ich in den zwei Wochen kein einziges Glas Nuss-Nougat-Creme auf der indonesischen Insel entdeckt habe. Allerdings hat das auch damit zu tun, dass ich ja wirklich selten im Supermarkt war. Größer eingekauft haben wir eigentlich nur am Tag vor Nipi. Nipi? Was ist das denn, lieber Philipp? Ja, das ist der balinesische Neujahrstag. Die Insel, die ist ja im Gegensatz zu weiten Teilen Indonesiens nicht muslimisch geprägt, sondern die Bewohner von Mali, die sind Hindus und pflegen daher ganz eigene Bräuche und Feiertage. Und dieses Jahr fand der sogenannte Tag der Stille, der heißt eben Nipi, am 11. März statt. Und die Balinesen, die legen dann die komplette Insel einmal für 24 Stunden lahm. Also man muss sich das wirklich so vorstellen, alle müssen zu Hause bleiben. Teilweise wird der Strom abgeschaltet, das mobile Internet funktioniert einfach nicht mehr, wird abgedreht. Der Flughafen ist geschlossen, das ganze öffentliche Leben muss ruhen. Dahinter steckt der Glaube, dass die bösen Geister so denken, dass die Insel unbewohnt sein könnte und drüber hinwegziehen. Faszinierend. Klingt volkswirtschaftlich, aber nach einem ganz schönen Einschnitt. Schließlich ist Tourismus dort ja die Haupteinnahmequelle. Und einfach mal den ganzen Tag lahmzulegen, das muss man sich mal trauen. Stimmt. Wobei es für die Touristen, die schon auf der Insel sind, also mit dem Flugzeug kommt man an dem Tag tatsächlich nicht an, aber wer schon da ist, für die gibt es im Hotel zumindest Licht und WLAN. Aber man wird trotzdem gebeten, dass man bitte die Vorhänge zuzieht, wenn man das Licht dann da einschalten möchte. Aber genug von den Anekdoten, wirklich erstaunlich und börsenrelevant fand ich etwas anderes, nämlich was für eine riesige Rolle WhatsApp in dem Land spielt. Was bei uns ja vorwiegend so als Nachrichten-App mit Freunden und Familie genutzt wird, das ist auf Bali auch in der Geschäftswelt fast überall das Mittel der Wahl. Im Hotel bestellt man den Room-Service per WhatsApp. Wenn man eincheckt, wird man schon gleich nach der Telefonnummer gebeten, um die Telefonnummer gebeten, unter der man erreichbar ist per WhatsApp. Und ja, auch Fahrer, Taxifahrer, Mietwagenfahrer, alle versuchen dann den Abholort eben per WhatsApp zu vereinbaren. Also das spielt nochmal diese Meta-App eine ganz andere Rolle als hier in Deutschland. Ist eigentlich nicht wegzudenken im Alltag. Das ist ja auch deshalb interessant, weil WhatsApp zu den Diensten des Facebook-Konzerns gehört, die bislang noch am wenigsten monetarisiert sind. Da schlummert noch erhebliches Potenzial, wenn wir die App auch von Geschäften und Dienstleistern nutzen lassen. Facebook bzw. Meta beginnt ja gerade mit sogenannten Business-Diensten auch über WhatsApp Geld zu verdienen. Genau, im vergangenen Jahr, da legte der Werbeumsatz bei Meta um immerhin 16 Prozent zu, auf jetzt unglaubliche 132 Milliarden Dollar prozentual noch stärker gestiegen ist, als sind aber die anderen Umsätze in den Kern-Apps des Konzerns, nämlich um 31 Prozent. Ja, also absolut betrachtet ist das noch ein völlig vernachlässigbares Umsatzsegment mit gerade mal gut einer Milliarde Dollar. Aber Meta schreibt im Geschäftsbericht, dass der starke Anstieg vor allem auf WhatsApp-Business zurückzuführen ist. Ja, und wenn man sich Regionen wie Bali und Südostasien anschaut, dann sieht man, was da noch für ein Potenzial schlummert. Wieder was gelernt. Hatte ich noch gar nicht so auf dem Schirm, was für ein Potenzial in WhatsApp-Business steckt. Aber gibt es denn auch Firmen, die man hier nicht so kennt, also die in Europa gar nicht aktiv sind, aber dort schon ganz groß? Ja, klar, jede Menge. Aber eine fällt dort im Alltag besonders auf. Das ist der Uber-Konkurrent Grab. Funktioniert wirklich exakt genauso wie Uber in Europa und in den USA. Man kann sich sowohl Essen mit der App liefern lassen, als auch Fahrten von A nach B mit der Taxi-App bestellen. Die bezeichnen das schon als Super-App, aber ehrlicherweise sind es genau diese Uber-Funktionen, die Grab dort hat. Auf Bali bestellt man dann auch nicht nur Autos damit, sondern kann man dann auch Mopeds und Motorräder bei Grab bestellen. Vorausgesetzt, man ist wagemutig genug, sich damit in den Linksverkehr zu stürzen. Abenteuerlich. Also Grab ist ja hier in Deutschland nicht als Taxi-App aktiv, aber wir Börsianer kennen die Firma, die ist nämlich an der Nasdaq gelistet. Allerdings hat sie da auch schon deutlich bessere Zeiten gesehen. Seit Anfang des Jahres ist Grab mit 4,5 Prozent im Minus und von den Höchstständen aus dem Jahr 2021 ist die Aktie sogar weit entfernt. Damals notierte sie bei über 16 Dollar, jetzt kostet das Papier nur mehr etwas über 3 Dollar. Wobei die Analysten ganz überwiegend optimistisch sind und zum Kauf raten und zumindest noch ein Kurspotenzial von durchschnittlich knapp 50 Prozent sehen. Immer wieder gab es da auch Gerüchte über mögliche Fusionsgespräche und zwar vor allen Dingen mit dem indonesischen Konkurrenten Go2GoJack. Ja, das ist im Grunde eigentlich nochmal genau die gleiche App, eben auch Essenslieferungen und Taxifahrten. Ja, und auch die sind übrigens Börsennotiert. Und wem das zu spekulativ ist, der kann sich Indonesien als Ganzes anschauen. Das Land ist mit seinen mehr als 270 Millionen Menschen der Staat mit der viertgrößten Bevölkerung der Erde. Trotzdem haben wir ihn ja deutlich weniger auf dem Radar als die USA, Indien oder China. Die indonesische Wirtschaft ist 2022 und 2023 jeweils um rund 5 Prozent gewachsen und gilt auch in Zukunft als eine der Wachstumsmärkte in Südostasien. In Deutschland werden insgesamt drei ETFs auf Indonesiens Aktienmarkt gehandelt. Die beste Entwicklung zeigt der HSBC MSCI Indonesia. Der Fonds ist replizierend, das heißt, er enthält die Aktien wirklich. Die größten Positionen sind die Banken Bank Central Asia und Bank Rakyat sowie der Telekommunikationsanbieter Telekommunikasi Indonesia. Der Fonds, der schüttet zweimal im Jahr aus und hat eine laufende Dividendenrendite von aktuell 3,5 Prozent. Alternativ gibt es noch den X-Trackers MSCI Indonesia Swap ETF. Wie der Name schon erahnen lässt, ist der Swap basiert, hat sich aber ein bisschen schlechter entwickelt als das HSBC Produkt. Außerdem schüttet der X-Trackers ETF auch nicht aus. Am Anfang haben wir euch ja einen pragmatischen Start in den Tag gewünscht. Und Pragmatismus, das kann auch eine gute Strategie an der Börse sein. Vielen von uns geht es ja so, dass wir eine Aktie für viel zu billig halten und eine andere für viel zu teuer. Und dann juckt es uns in den Fingern, die vermeintlich billige zu kaufen und die vermeintlich teure zu verkaufen oder sogar zu shorten. Es gibt aber auch einen pragmatischen Ansatz, von dem ihr hier auch schon einmal gehört habt, nämlich die Momentum-Strategie. Wer der Momentum-Strategie folgt, der kauft oder gewichtet einfach die Aktien hoch, die in der jüngeren Vergangenheit gut gelaufen sind und lässt die Underperformer links liegen. Und zwar vollkommen unabhängig davon, ob die Underperformer mutmaßlich viel zu künstlich sind und die anderen die Outperformer überbewertet. Dieser pragmatische Ansatz, der Fundamentaldaten komplett außen vor lässt, der soll heute unsere AAA-Idee sein. Das machen wir auch, weil einer unserer treuen Hörer, Daniel, uns darauf Aufmerksam gemacht hat, dass es auch auf den US-Aktienmarkt Momentum-ETFs gibt. Also nicht nur auf den Industrieländerindex MSCI World. Bezugspunkt ist in dem Fall also der MSCI USA, der nur amerikanische Börsentitel enthält, und zwar 609, also noch ein paar mehr als der S&P 500. Und da zeigt sich, was die Strategie kann. Der iShares Edge, MSCI USA Momentum Factor ETF, so heißt der Fonds, hat in den vergangenen zwölf Monaten eine Wertentwicklung von 42,6% geschafft. Und das vergleicht sich mit einem Plus vom MSCI USA von 34,8%, was ja auch schon sehr ordentlich ist, aber eben fast 8 Prozentpunkte weniger. Wertentwicklung heißt in dem Fall auf Euro-Basis und inklusive Dividende. Die Unterschiede zeigen sich bei der Gewichtung und bei der Zahl der enthaltenen Aktien im MSCI USA, also dem normalen ETF in Anführungsstrichen, der nach Market Cap zusammengestellt wird, haben die größten zehn Positionen ein Gewicht von 30%. Im Momentum ETF sind es 43%. Statt 609 Aktien enthält der Momentum außerdem nur 123 Aktien. Das ist schon ein erheblicher Unterschied. Mit Momentum setzt ihr also auf eine deutlich geringere Zahl von Aktien. Diese Top 10 im Momentum ETFs sind aktuell Broadcom, NVIDIA, Meta, Eli Lilly, Amazon, Microsoft, Adobe, AMD, Netflix und Alphabet. Ausschließlich Tech- und Pharma-Werte. Was aber auffällt, das Börsenschwergewicht Apple, das fehlt komplett. Und das erklärt sich klar damit, dass Apple in den letzten Monaten nicht gut gelaufen ist. Der Kurs des iPhone-Herstellers ist da, wo er auch schon im Mai 2023 stand. Und genau dieses fehlende Momentum, also diese fehlende Stärke führt dazu, dass ihr ein Schwergewicht wie Apple im Momentum ETF eben vergebens sucht. Ja, wie sieht das jetzt aber auf längere Sicht aus im Vergleich? Ja, und da ist das Bild durchwachsen. Auf 5-Jahre-Sicht kommt der US-Momentum ETF auf plus 88%. Der MSCI USA hat dagegen 109% geschafft. Auf 10-Jahre-Sicht wiederum war der Factor-Momentum etwas besser als der normale Index. Da seht ihr, der pragmatische Ansatz ist gut, aber es gibt keine Garantie, dass ihr damit dem breiten Index in jeder Lebenslage voraus seid. Besonders kritisch ist der Ansatz in Crash-Phasen und bei Trendbrüchen. Versetzt euch mal zurück in die Zeit vor der Finanzkrise. Da waren Bankaktien lange Renditebringer und entsprechend hoch im Momentum-Index gewichtet. Und dann, zack, auf einen Schlag bescherten die ganzen hochgewichteten Finanzwerte Anlegern Verluste. Es gibt übrigens auch einen Momentum ETF auf den S&P 500, zumindest auf den ersten Blick. Der Fonds heißt, Achtung, Invesco S&P 500 QVM ETF. Schwieriger Name, WKNs und Namen packen wir wie immer in die Shownotes. Das Kürzel QVM im Namen verrät aber, dass es da um mehr als Folge dem Trend geht. QVM steht nämlich für Quality, Value und Momentum. Das ist ein Multifaktor ETF, der verschiedene Strategien oder Faktoren miteinander kombiniert. Dieser Invesco S&P 500 QVM weist eine noch höhere Konzentration auf. Die Top 10 Positionen machen fast 50% des Portfolios aus. Hier heißen die Top-Positionen Nvidia, Broadcom, Meta und Berkshire. Mit der Buffett Holding ist also zumindest eine Nicht-Technologie-Aktie mit dabei. Der Multifaktor ETF hat auf Sicht von 12 Monaten ein Plus von 31% gemacht, aber es ist schon bezeichnend, der klassische S&P 500, der war besser. Der beliebte Vanguard S&P 500 ETF, der den USA Light Index für schlanke Gesamtkosten von nur 0,07% im Jahr abbildet, der hat in der gleichen Zeit nämlich sogar 34% zugelegt im Vergleich zu 31% beim Momentum ETF. Ihr merkt also, wenn ihr schon pragmatisch sein wollt bei der Geldanlage, dann haltet euch am besten an eine einfache Strategie und nicht so sehr an ein Multifaktor ETF, wo Value, Momentum und Quality vermischt werden. Seid pragmatisch and keep it simple. Haltet es einfach. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns wie immer über Feedback. Deshalb schickt uns einfach eine Mail an AAA-atwelt.de, also AAA-atwelt.de oder hinterlasst uns eine Bewertung. Die Samstagsfolge mit Olivier kam bei den meisten von euch sehr gut an. Nur Werner meint, diese Sendung hat mehr versprochen als gehalten für diejenigen, die Allgemeines über ETFs erfahren wollten. Für Holger war es eine Auffrischung und teilweise Vorlesung seiner speziellen Finanzkenntnisse, für die Mehrzahl der Zuhörer jedoch zu speziell. Rico dagegen schreibt, einige Passagen muss und werde ich mir nochmals anhören, um sie besser zu verstehen. Aber es war ein sehr angenehmes Gespräch und wieder einmal Edutainment auf höchstem Niveau. Ihr habt einen super Insider gefunden, der alles andere als langweilig die Welt der ETFs und deren Zusammenfassung erläutern kann. Fünf von fünf Sternen. Außerdem gratuliert Rico dir, lieber Philipp, zur Hochzeit und sagt dann noch, ich hoffe, Holger und Nando haben dir für das ausgeplauterte Geheimnis ein renditeträchtiges Weltportfolio zur Eheschließung geschenkt. Vielen Dank, Rico. Ja, über dieses E-Depot, da müssen wir nochmal sprechen. Also Nando und Holger wollen das wahrscheinlich dann persönlich überreichen in den nächsten Tagen. Aber genug von mir. Einige Hörerinnen und Hörer hatten noch Fragen zum MSCI World Ex-USA ETF. Mein Namensvetter Philipp, der merkt an, ich zitiere mal eben, Leider ist der ETF für mich nicht über Trade Republic oder Sparkassen Invest oder Ebays handelbar. Sehr schade, da das genau den Nerv treffen würde, den ihr erwähnt, dieses Klumpending namens USA. Marlies und Oliver haben das gleiche Problem, da können wir euch nur zu Geduld raten. Es dauert manchmal ein paar Wochen, bis die Broker neu emittierte ETFs in ihr System einpflegen. Die Wahrscheinlichkeit, dass der MSCI World Ex-USA von X-Trackers bald handelbar sein wird, ist aber sehr hoch. Zur Sicherheit stellen wir die WKN nochmal wie alle anderen auch in die Shownotes. Wenn ihr solche Neuheiten wie diesen neuen Ex-USA MSCI World ETF nicht verpassen wollt, dann heißt es jetzt, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Wir hören uns morgen wieder – cuz wir lesen. Blaue Menschen im Fernsehen im Fernsehen im Fernsehen im Fernsehen.